auf geht's sind wir schon auf dem pferdchen unterwegs eine neue runde und wir begrüßen euch mal wieder alle alle treuen zuschauer an die 1000 sitzer mittlerweile die wir täglich hier begrüßen dürfen und dann sagen wir mal wieder ein fröhliches hau der hau ich wollte jetzt nicht den part weg nehmen so so bist du da auf dem pferd sowohl kann man jetzt die nächste medaille angemacht jetzt braucht zehn kills mit sprengstoff und habe kein dynamit bei der doof granaten auf sprengstoff weiß es nicht man weiß nicht vielleicht wissen wir unsere zuschauer man vorunkelt genau vielleicht wissen sie ja die zuschauer also vielleicht ist ja immer zu schlau kann beantworten ob die granaten zum sprengstoff gehören ersten habe ich so ich bin jetzt auch mal sturmsoldat für die medaille panzer hier ok genau claudio ein motorrad und fahr weg damit obwohl es dumm ist was ich mache jetzt den sturm soldaten zu nehmen ich will ja die anderen klassen hoch treiben nähe ich den versorger das geht es nicht da kann ich auch mit sprengstoff muss gucken ob das dazu gehört ja so wird das machen perfekt wo bist du denn ich bin jetzt bei e in dem panzer gespawnt in dem fahrzeug in der nähe deiner position ist ein fahrzeug abwehrkit verfliebbar verteidigt das ziel auf zu ziel zeodor na gut dann nämlich alle punkte verloren quasi schon wieder der panzer fahrer muss aber auch mal ziel ansteuern nehmen wir jetzt b sind aber viele hier steckt hier auch aus hier ist ja genau eine granate ich stecke wieder ein einen habe ich sehr gut ja und den hatte ich eigentlich auch aber aus irgendeinem grund da 88 lebenspunkte noch mal weiß ich gar nicht mir ein bisschen viel vor ich weiß nicht ob ich hier die schrotflinte wieder hinnehmen sollte mal ich komme erst mal zu dir und jetzt werde gemessen genau aber wenigstens noch zwei leute getötet mit der granate glaube ich ja was ich richtig gesehen habe laut statistik panzerabwehrgranate ok die hatte ich eigentlich gar nicht mehr geschafft zu werfen meiner meinung nach aber gut umso besser weil ich mich jetzt nicht beschweren hier mann jeder klaut mir die kills sehr gut endlich mal ein nein da sind noch zwei leute oh gott recht also minimum einer war dann noch aber jetzt sind hier wieder tausende gerade scheiße ich kann kein sanitäter in der nähe und wie spielt niemand sanitäter bin ich bescheuert oder was noch vogels viechers auch wie so aber der ist von uns geht hier gerade sollte ich gerade bei dir spawnen der müsste gehen eigentlich jetzt bin hinter dir hä ja so den hatten wir ja schon quasi also irgendwo ist hier noch einer ja da hinten ja tot aber eh noch sagen die wiederbelebung irgendjemand ist hier immer noch wurde wiederbelebt sehr schön jetzt haben wir ihn doch oder hat der ihn jetzt endlich da ja jetzt haben wir ihn sieht gut aus ziel erobern los doch warte mal ich komm mal du läufst schon wieder wie so ein Spass was machst du denn da krass weil der Assi schon wieder weil die Gehbehinderung warum was drückst du denn da immer gar nichts warum läufst du so bescheuert hast du du läufst immer so als wenn du angeschossen wirst oder du hast die beide beine gebrochen und läufst irgendwie so komisch man renn doch mal schnell scheiße tot da oben sind sie oh ja voll über mich rüber geritten ach du scheiße oh Gott das Pferd hat mich zertrampelt ich geh von D zu E ich spawn bei D und D zu E ok ich spawn weit weg von D aber E trotzdem zu E da werd ich ja sehen ob du zu schlau ist komm einfach mal zu dir da bist du doch wieder oh schön der Einer durch die Luft gewirbelt da hinten ja hab ich nur noch so einen Ansatz gesehen ach der ist doch schon wieder hier oben oh feindlicher Panzer tot ach nö nein ach gestorben schon wieder Panzerabwehrgranate meine Güte ey echt bei mir steht da mit dem Pferd wo du es getötet ja ne bei mir steht Panzerabwehrgranate aber das war der Bastard der auf dem Pferd gesessen hat ja das war der Pferdabwehrgranate Pferdeabwehrgranate Pferdeapfelgranate 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 ist er eh gehabt voll mit Kot beschmissen dass er erschrikt oh da ist ja ein Panzer ja ich markier den mal ach du scheiße oh er ist glaube ich markiert du ich seh den ja nicht ich seh den süd wie ja nicht ich bin schon wieder tot ich 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 kotze ich seh den kaum ey ich muss zoomen nochmal ran jetzt ah ja 3 Punkte 3 Punkte beschädigt ach du scheiße ja das ist ja echt der Wahnsinn 3 Punkte ach du kacke wo seid ihr denn hier das ist ja schön das ist ja ein schönes Fleckchen man lad nach jetzt du dummet Arschloch mach noch schnell hey komm der war doch der war doch da oben drin da will der mich verarschen da war doch hundertprozentig saß der da ja und jetzt werde ich weggeschneipert wieder her, komm ach der ganze ja ich hab das Fahrzeug ausgeschalten noch mit der Mine mach es kaputt ne ich mach gar nichts mehr kaputt bin tot nie wieder nie wieder das wars we caken ape hier wo bist du da dahin tot jetzt hier ach du scheiße ach du scheiße spaßt lad schneller nach man alter krass eine Sekunde ey wenigstens noch beschädigen na ne jetzt nicht sieht ey ey ich spawn aber hier auch eine scheiße zusammen ja schön dann werde ich ich spawn jetzt bei F ey oh oh nein hab ich mich doch am Arsch ey naja c ist aber auch kacke ich komm zu F sind ja nur 200m immer dann zur Schlacht ok Mann ich geh jetzt zu E ach man na gut ok go oh da unten da sind es ja alle bei E tolle Idee Panzer ist da auf jeden Fall komm jetzt zu F hoch schön ja dann kann ich ja bei kann ich ja eh in Ruhe einnehmen ja im Prinzip sind sie alle von eh weg glaube ich ja sind alle hier hoch gerannt gerade irgendwo naja ein paar sind hier noch naja ich glaube mehr als hier noch sind da auf jeden Fall noch und der Panzer natürlich nicht weil oh was machst du denn da warte mal ich versuch der rennt weg vor dir hast du da Haftminen angewappt ja oh ich bin tot der kommt wieder um die Ecke ich auch aber ich hab ihn nochmal ach da ist noch ein Panzer natürlich der zweite klar den hab ich ja überhaupt nicht scheiße den hab ich nicht drauf gehabt nee den hab ich auch nicht drauf gehabt das war da oh bei D hier D ist da wieder gefährlich gefährlich äh dessen ich ich den hast ja ja gar nicht gesehen voll übertrieben voll der Geist der Typ ja richtig so krass wieder Belebung komm mach mach Oh ja, voll, sehr gut. Oh Gott. Ach du Scheiße. Nein. Nein, Scheiße. Ach du Scheiße, hier ist ja alle der Marsch. Ach du Scheiße. Oh, ich bin raus hier. Wo bist denn du überhaupt? Gehen wir zu zäh? Hinter dir. Oh, ich bin gleich tot. Ach du Kacke. Hoch hier, hoch in die Scheune rein. Mann, nein. Ja, die hat mich schön gegen das Dach geschleudert. Oh Gott. Kass. Aber dieser Sanitäter. Das ist die Jeze-Runde hier. Ja. Sanitäter. Oh, da kommt er auf einmal von hinten. Oh nee, was? Ach, jetzt kam der Sanitäter. Du Hohen. Eine Hohen. Hohen. Na, ist ja geil. Genau, jetzt ist doch gut. Jetzt hör doch auf beizutreten. Oh nee. Mann, wiegt der Tasse, wenn man den... Alter, sie ist das Ziel. Versuch jetzt bei E nochmal einen Versuch. Okay, dann gebe ich den Befehl mal aus. Damit es auch offiziell ist. Ja. Mann, ich sehe auch hier nichts. Ich sehe hier nichts. Ich sehe hier nichts. Ich sehe hier nichts, ey. Ja. Mann. Aha, das ganze Ding stürzt zusammen. Aber denkst du, das interessiert den da? Krass. Nee. Wo bist du? Ach, ich bin eh gleich tot. Das ist ja... Ja, komm zu dir. Nee. Bis hier oben, Mann. Du Scheiße, das ist doch Blödsinn hier. Ja, ich renne noch weg, weil ich um mein Leben renne hier unten. Da unten kommen sie. Gut. Ja. Ja, aber da war noch einer, oder? Ja, und das war mit ihm. Tod. Oh, da kommen noch mehr. Ach, du Kacke. Nee, Mann. Der wird... Ich spring jetzt hier runter. Ja, da kommt noch einer. Oh, Gott. Der kattet ja einfach aus. Scheiße, ja, richtig. Oh, da kommen sie alle auf einmal, ey, krass. Aber ich hab keinen getötet, ach Mann. Ja, weil hinten leider schon alles weg war. Sonst wären die da alle draufgegangen. Du lebst ja noch. Ist doch gut. Nee. Achso, nee, ich nehme an, wo... Zeig mal, wie er ihn getötet, jawoll. Wir haben Einsatzziel, Zelsatz. Das ist nicht meine beste Runde, macht aber trotzdem Spaß. Genau. Nur nicht anfangen rumzunörgeln. Genau. So wie andere Leute immer. So wie andere Leute immer. Genau, ja. Ja, nee, du bist da auch immer sehr... ...sehr entspannt, ja. Entspannend, wenn wir uns so weit anheben. Ja. Gehst du noch nicht so ich hier runter, dann? Ja, komm, wir rennen jetzt hier runter. Bleibt ja der fast hermisch an. Du musst mich mal. Gleich haben wir die Schaft. Rüber. Emil? Äh, Demil? David? Quasi? Ja. Demil. Demil? Oh Gott. Gasgranate. Und Batzerabwehrgranate. Ach du Scheiße. Tod. Oh, mich hat's weg. Der Schleuder. Wo ist denn der Arschloch? Jetzt kommt er da an. Sanitäter. Oh, komm. Schaffst du. Jawohl. Und weg hier. Ach hinten. Gleich weg hier. Raus. Oh, damn. Ach du Scheiße. Und ich spore nur noch bei dem. Ach, ich renne jetzt wieder. Oh, ich hab ja noch die Gasmaske auf. Setzt sie doch ab jetzt endlich mal. Mann, Nutten. Scheiße, Mann. Wo sind die denn hier alle? Die sind alle draußen. Boah, bei dir ist ja der Vollendrohr. Ah, die sind, ich hab das Gefühl, dass die um dem Haus hier, äh, um das Haus. Mann, ist doch gut, ich bin nicht. Achtung. Achtung. Was? Achtung. Wo? Ja, einfach nur Achtung. Was ist doch? Einfach nur vorsichtig. Scheiße, Mann. Wo bist du eigentlich, ey? Oh, ich renne hierzu eh weiterhin zu dem Haus. Tot. Hoch, tot. Nachladen. Sonst, ich tot. Bin jetzt in dem Haus drin, ja? Oh, Achtung. Brain Grenade. Warte, ich luge mal vorsichtig um die Ecke hier. Oh, da fällt ein Baum um. Das heißt, da kommt vielleicht gleich ein Panzer. Boah, voll abgegangen gerade, aber leider ein Truffian. Wow. Ist das da ein Panzer? Oh Gott. Ah, ich glaube schon. Kommen wir zu dir. Ich bin fast tot. Ah, egal. Oh, hier ist ja auch ein Panzerfahrzeug. Genau neben uns. Ein gegnerisches. Hm. Warte, den kann ich... Oh, von hier kommen sie auch. Ja, hör doch auf, du spinnst, ey. Voll der Bastard hinter der Mauer. Da hockt noch einer. Hat er ihn da gesehen? Oh, jetzt hat er den nochmal wiederbelebt. Ah, jetzt sind sie beide tot. Gut. Deadlik. Deadit. Wo bist du? Tot? Nee. Ach, ich steig jetzt in die Platte. Scheiße, jetzt bin ich tot. Gehen wir nochmal E als Befehl aus hier. Los. Ja. Aus geht's. Ach, ich steck hier aus. Warte mal, der ist schon wieder tot. Das heißt, hier sind Gegner irgendwo. Ach nee. Ach, Mann, fick dich doch. Bin hinter dir. Okay, gut. Ich geh mal hier in die... Ach, da war noch einer drinne. Okay. Oh Gott, da kommen sie doch. Ach du Scheiße. Ich steig hier auch erstmal wieder ein, ey. Sicher, ist sicher. Oh, das ist mir gerade ein bisschen zu bunt hier draußen. Ah, der rennt da. Ja, jetzt kann er aber trotzdem mal ein Stück nach vorne fahren, mal so langsam auch. Ja, jetzt diese Warterei. Oh, ey, ich renne jetzt runter hier, ey. Leck mich doch. Oh ja. Okay. So, auf jeden Fall nehmen wir den Punkt schon mal ein. Da oben auf den Jügeln auf jeden Fall. Ah. 40. Oh, was war denn da hinten? Hä? Ich hab doch die Häuserecke da... Da war doch eben gerade noch ein Flammenwerfer-Schützer, oder? Hm. Was mach ich denn hier eigentlich? So. Geh mal zu F hoch. Oh nein, ich bin ungenau hinter dir. Okay. Oh Gott, mit der Waffe zieht sich komisch irgendwie. Meinst du, die sind hier in der Mühle drin? Wir haben Einsatzziel Werther. Koffer nicht. Nee, glaube ich nicht. Tut aus. Bin mal hier rin gegangen. Oh, da ist ein Sniper. Da ist ein Sniper. Da ist ein Sniper-Schützer. Ja, da draußen. Ich hab mich gesehen. Oh, da ist ein Sniper-Schützer. Hm. Oh, fuck. Keine Muni mehr, ey. Oh, da ist ein Sniper-Schützer. Oh, da ist ein Sniper-Schützer. Oh, da ist ein Sniper-Schützer. Oh, die raus schon wieder. Los, die wilde Fahrt. Na, dann gleich eh. Bin raus. Oh. Bin ausgestiegen. Oh. Arsch. hast du ja scheiße oder fährt arschloch was eine sekunde anwesend oh gott was muss auf die sind hier noch draußen scheiße da kommt die hierin habe ich sehr gut ich habe nur noch 30 schuss 33 hier hinter dem haus ist doch einer auch direkt hinter mir da okay perfekt sehr gut 20 schuss 19 noch gott noch ein wo sitze denn sind sie immer noch bei zum teil ja jetzt hat er mich bin tot barbara del rey barbara del rey wo der ältige satt jetzt war weiß ich gar nicht warte ich komme habe ich sehr gut bei dir scheiße das panzer gegen rischer direkt vor uns quasi aber alles mögliche eigentlich zwei schadenspunkte habe ich dem abgezogen dem panzer noch mal zwei jahre das war's das war's du lebst was ist los ich weiß nicht wie ich noch leben kann keine ahnung kommen die granate die muss noch jemand mitnehmen ach scheiße parme 1906 der 1906 geboren ist 2100 jahre alt wenn er jetzt nur noch kann er sein kann er sein er hat so einen lückwunsch an dieser stelle sollte es so sein genau du hast gerade einen pferdereiter lang geritten ja gott sei dank hat er mich nicht getötet ziemlich nah an dir vorbeigeritten relativ nah dran naja du machst das schon ich halte hier die stellung in dem anderen in dem nebenraum mein guck der ist tot wir haben einsatz ziel albert verloren verteidigt das ziel so was haben wir noch er obert das ziel mal ein tuch boah ich geh übelst da los was ist denn bei dir da kommen die ja alle ja ich will schon vorher so jetzt gerade kommen bin tot ja ich bin tot alter krass da kommen ja unendlich viele ich bin tot kral krass ah mach mal da hat man sogar Heidung zwei hab ich schon tötete die alle da und dann komme ich wieder in Ruhe ich wechsle noch kurz die waffe so viel zeit muss noch sein welche hatte ich denn eigentlich da drinne vorher boah das flugzeug krass Kann ich bei dir spawnen, doch jetzt kann ich bei dir spawnen, gut. Geil, da war genau einer an dem anderen Ende von dem Raum und der hat dich nicht getötet, ey. Wie, also, oh. Mich oder dich? Nee, dich? Ich bin ja bei dir gespawnt und der war genau am anderen Ende von dem Raum und hat dich nicht abgeknallt. Also ich hab den dann mit der Schruppflinte. Habt ihr euch abgesprochen, schön, schön. Fabian, spawn ich mal bei Fabian hier. Okay, dann kannst du hier halt nicht hoch. Ah, ich glaub die Runde war aber diesmal nicht so berauschend, obwohl es Spaß gemacht hat, aber... Na, na, wenn wir mal sehen, gucken wir mal. Wahrscheinlich wieder übelst sehen. Also nachher am Ende vielleicht noch ein bisschen aufgeholt, würd ich sagen, aber sonst zum Großen und Ganzen. 20.800 Punkte fast, schon mal ja nicht schlecht. Ich hab 22.000. Ist auf jeden Fall gut. Da kann man schon mal nicht meckern, na. Oh, eroberte Flagge, eroberer. Endlich mal wieder in den Highlights hier, ne. Okay, ein Battlepack. Oh, unser Squad war voll gut. Erster und Zweiter. Auf jeden Fall nicht schlechter. Wir? Hm, du bist Erster, ich bin Zweiter, ja. Oh ja, war eine richtig miese Runde, ja. War eine miese Runde, ja. War nicht so gut. Weil die angeht. Ich bin der Beste, du bist der Drittbeste. War nicht so, er hat dich nicht so. Nee, war nicht so eine gute Runde, stimmt. Das muss auf jeden Fall noch ein bisschen besser. Da ist noch Luft nach oben, ja. Auf jeden Fall Lust. Ja, genau. Wenn ihr auch fandet, dass es eine miese Runde war, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Richtig. Dann werden wir versuchen, besser zu spielen, nächstes Mal auf jeden Fall. Viel Gelobbesserung. Ja, okay, ja gut. Dann sehen wir uns nächstes Mal oder hören uns. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend. Bis dann. Haut ihr rein. Und dann sehen wir uns. 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 Vielen Dank.